Servus, grüßt euch, hier ist wieder euer Franz mit einer weiteren Mod Vorstellung. Ich möchte euch einen Radlader vorstellen. Den kann man auch aus Gabelstapler hernehmen oder sonstige Sachen. Den Weidmann 4270 CX100T. Der kostet 17.020 Euro Unterhalt. Hat 101 PS, 74 kW. Da habe ich jetzt schon ein bisschen gefahren. Ich habe jetzt dafür keine Gabel und nichts. Das muss man sich selber noch runterladen. Sonst hätte ich jetzt... Ausprobiert. Aber... Das ist meine Map, deswegen... Wo ich die Vorstellung mache. Also Licht funktioniert. Zuschatzteilen würde funktionieren. Rundumleuchte blinkt auf. Bremslicht geht auch. Rupe. Von innen sieht er schick aus. Auch. Lenkrad funktioniert. Spiegel heilt nicht. Sieht innen innen schick aus. So weiters. Bremsen hat er nachher Spute. Ups. Sieht mal, also ist der Haut rein. Der ist halt ein Knicklenker. Lickdraulik. Man sieht also... Super gemacht. Ein bisschen aus. Den Keleshappler. Der Mod ist von Tobias Wenn ihr den haben wollt, ladet euch runter Ich sag mal so, er sieht gut aus Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen Servus, das ist euch, euer Franz